Durchaus Chancen für mehr. Würde mich verarschen. Ich habe keine Lust mehr. Oh mein Gott, mein Spieler macht einen Assist. Ja, scheiß drauf. Ich weiß noch nicht, warum ich dieses Gaming überhaupt zockt. Ich habe das Gefühl 98 Tempo, oder? Ja, Richarlison ist sehr krass. Dieses Spiel ist schon wieder so random. Nein! Oh! Los! Rückpass! Hä? Ohne Witz. Hä? Hä? Das war ein kompletter Rückpass, das weißt du auch. Ja, ja. Also eigentlich hätte ich jetzt indirekt einen Freistoß geben müssen. Ich bin mal gespannt, wann der erste mit Son kommt. Ich auch. Okay, wäre dann noch mal locker 400-500k teurer. Komm, drück doch Gegner. Hä? Was denn jetzt? Ich habe doch gerade das 1-0 geschossen. Hä? Wieso habe ich einen Wurf? Hä? Was ist das denn? Was ist das denn? Was war das denn? Ich habe doch das 1-0 geschossen und der Gegner hat Pause gedrückt. Moment. Wie gab es denn einen Wurf? Wir suchen die Lücke. Wir suchen die Lücke. Und die... Was war das für eine Arschtur? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was war das denn? Was war das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. mented operiert. oh mein gott 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 oh 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 mein gott ich werde nicht mehr das beschreibt dieses spiel das beschreibt fifa 21 in seiner kaputtheit ach du scheiße ich bin wirklich machtlos das spiel ist seit der ersten minute entschieden dass ich das verlieren werde die gegentore die ich krieg das letzte gegentor war gut aber die gegentore davor ich stelle mich perfekt die welle gehen durch meine beine ich habe gar nichts gedrückt ich stelle mich mit mir dafür den gegner kann jetzt bitte jemand klippen 1,8 million aufrufen das ist so krass ich bin so ein vollidiot was nein na ja geil ich finde daran kann man sich gewöhnen lol habt ihr das gesehen er feucht ab ich hasse dieses spiel was setzt denn was 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 oh mein gott ich habe dieses auge pack oh nein bitte bitte geh rein geh rein scheiße das kommt fifa deutschland hundertprozentig oh mein gott wie kann man so dumm sein ein tor ein tor ein tor ein tor Hä? Hä? Jungs! Aber den letzten Shred. Digga ich hab Traore gezogen, aber den guten Wissen haben. Gnögt das? Der Shadow ist schon mehr, wenn wir den letzten Shred. Ja! Let's go, vamos! Let's go! Junge, was hat denn der Kiefer gemacht? Er lässt sich noch fallen! Jetzt Eto, komm! Samuel! Ich verkauf den! Der kostet 3 Millionen Coins! Der kostet mehr als mein ganzes Team! Und in so einem wichtigen... Oh! Oh mein Gott! Also, bitte nöt! Mmmmmm... Mmmmmm... Lohnt sich! Weekend League! Das könnte die Gelegenheit geben! Marcus Rushworth! Schlusspfiff in dieser Partie! Die Gastgeber holen sich hier also den Sieg! Das ist Elfmeter gewesen! Hier! Ey! Grüße gehen raus an FIFA Deutschland! Erklär mir das wieder! Selbes Ding! Ich schwirr den Ball! Hier! Dafür gibt's Elfmeter! Dieses... Meine Hand tut schon wieder weh vor dem auf den Tisch hauen, aber... Ey! Jetzt willst du etwas anderes machen! 52 zu teuer? Da war das Xbox 77! Let's go! Oh! 20k mitgemacht! Oh! B funding! Ohh! Whoa, Valverde! Du bist zu krass! Ja! Boah! Ich feiere dich Valverde! Oh man. Was? Hä? Jo. Super, Fleppo. Ach du Scheiße! Nächster Clip. Gönnt euch. Gönnt euch. Gönnt euch richtig. Gönnt euch hart. Scheiße. Ist das der Ausgleich? Sie holt sich den Ball im eigenen Sechzehner. Bitte! Oh mein Gott! Akin Fenwart! Was geht ab? LOL! What the fuck? Wait. 7-8? LOL! Habt ihr das gerade unten auf dem Ding gesehen? Ich dachte gerade eben, ich schläge hinten mit einem Tor und hätte es vergessen. Du meinst, wie gut der Rote... Ach du Scheiße! Komm hier Toll, lauf einfach mal durch. Schade. 11 Meter in Mainz! Prost! Prost! Ja, bleibt wieder am Ball. Ja! Guckt's euch an! FIFA! FIFA! Ich liebe dich! Ja! Ja, ja, deine Mutter macht's so, wenn ich nachher im Bett war, Alter, du Spasti! Ich hab' ihn nicht gesteuert, die CPU grätscht dazwischens! Slender Cut! Oh! Was? Was? Die Verdeutschern grüßen ihn raus. Jo, guck mal, wo Werner schon wieder hin ist Jo, Werner ist einfach wieder zurück Er ist einfach Er ist einfach zurückgelaufen Ich wusste schon die ganze Zeit, dass er unbedingt hier die Führung übernehmen möchte Der ist gar nichts drin Pogba, bester Mann Ey, bitte klipp das Nicht auf Teufel komm raus Nicht auf Kosten von Gegentor Der gibt es Meter Wir bringen Spannung hier rein Ich bitte, dass der Gegner das Replay nicht skippt Es gibt es leider Das war ein Elfmeter So, Pöde mit seiner Haarpracht Der zielt nach links Er schießt nach rechts an den Pfosten Er kriegt den Abprallern an die Latte Was ist hier los? Oh mein Gott Wieso habe ich gerade kein Gegentor kassiert? Nein, das ist nicht dein Ernst Ederson Das war jetzt nicht dein verkackter Ernst Es ist ein so Also Dieses Spiel ist einfach dreckig Abseits Das Manni hat er auch Ganz souverän hier von Torhüter Hä? Was geht ab? Hier sinken Fehler gerade Ich schwöre es dir Ich weiß nicht Der zeigt mir hier Mein Spieler an Der seine schöne Glatze hier präsentiert Das Spiel läuft weiter Aber irgendwie hier Da läuft gerade nichts Ja Willkommen bei FIFA 21 Sehr mysteriös Ja Bruder Ich drück doch auch Start Was willst du mir damit sagen? Bei mir ist auch selbe Problem Ah jetzt Okay Molly ist ein guter Tag Lull Lull Was? Hä? Hä? Lull 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 Mh 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 Jetzt hab ich alles gesehen Jetzt hab ich alles gesehen Jetzt hab ich alles gesehen Clipp das einer bitte Bitte clipp das einer Was ist denn das? Clipp das bitte einer Kein Bock mehr Ohne Scheiß Keine Nerven mehr, ich bringe mich um jetzt mal und Spass mal. Schau mal. Jetzt ist er da, Messi und Lupfer und Tor. Ey, der war doch drin! Oh mein... Oh, 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 Jungs! Was? Was? Nein! Ey, nein, ich schmeiß die Disken aus dem Fenster. Was? Und das meine ich, ein 82er Keeper, den keiner aussprechen kann, hält so einen Ball von Puskas92. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Oh, oh, so schön gespielt, oh, war das schön, Seedorf, wie hast du es mit Auge gemacht? Ich mache so Next Level und schieße dann in die Mitte, Leute, das erwartet ihr nie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey, ich bin kurz davor, mir Haarbats zu kaufen, ne, weil es mir hier richtig aufz ass. Ja ist klar, er geht rein, wieder so dumm, Junge, ehrlich, dass der da reingehen kann, das ist ne Frechheit. mann, was will sie, mann? Was ist? Ja, wo bist du denn? Ja, geht jetzt gar nicht. Du rufst doch immer ungelegen an. Jetzt liege ich hinten, weil ich hier dumm vollgelabert werde, Junge. Muss heute einkaufen gehen, Alter, und nicht morgen, Junge. Nein, muss wieder alles auf einmal gemacht werden. Dummes Stück, Alter, ehrlich. Digga, was? 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 Ey, ey, was ist das? Ihr kriegt einen Unfall! Ich schwör, Freunde, bitte! Grünes Time-Finish. Noch nie sowas gesehen. Der geht durch den Fuß! Der geht durch den Fuß! Dieses Game ist so bad! Digga, what the fuck? Digga! Warum was denn?! Ja, was denn?! Hoppala! 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 Hopp! Hoppala! 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 Das das ist nicht so yess. Ich hab's frei! Wenn noch einer fragt, Alison, guter Keeper, Fragezeichen. Computerspiegel. Oh mein Gott, ich schwöre, ich dachte Tor, oh mein Gott, ich schwöre, ich dachte Tor, tut mir leid für den Schrei, ich war so happy gerade. Guck dich das nochmal an, guck hier, er läuft so von der Seite, schießt, okay, gegen den Kopf von Gomez, gegen den Kopf von Coman, der schießt ihn irgendwie rein, Lurie fängt ihn, wirft ihn raus und wirft ihn ins Gesicht von Coman und er geht rein. Was ein geiles Ding, Was ein geiles Ding, Bruni, was ein geil, was ein geiles door. Hm? Was, 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 was. Lull! Lull! R9! Steven! Du Luttensohn! Was? Diesmal mache ich es aber anders und zwar wenn ich diesmal... Oh fuck. ... ... ... ... ... ... Alter, wo ist mein Abwehrhildenspiel? Wo ist die Abwehrhilden? ... 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 wieder da durchkommen dass das schlimmste tour was ich in jedem peter insgesamt bisher kassiert haben was soll ich denn dazu noch sagen was passiert in dem turnier in einem e-sports turnier willkommen fifa deutschland der moment wenn ihr das schon kein bock hat dass du im letzten spiel die nächste stufe in full champions erreicht und walker denkt sich auch so lediger diesmal nicht ich habe alles gesehen fifa deutschland ich habe alles gesehen ich habe alles gesehen jetzt alles klar philip lahm ne perfekt ah ne ist das sah gerade irgendwie nach lahm aus fand ich absolut ich wusste nicht welche ikonen der gegner gerade hat aber sah der nicht wirklich ein bisschen aus wie lahm so von der frisur her aber wunderbar ist der war wohl ein bisschen sauer so 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 so